Bombchen in 3, 2, 1, gute Nacht. Das Boot, habt ihr das Boot gesehen? Nein, 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 nicht jetzt Wasser, what the fuck? Jo, guten Flug, Ralf. Seid gegrüßt und ein herzliches Ho, 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 meine lieben Zuschauer. Schön, dass ihr reingeschaltet habt zu einer weiteren Folge. Jagd mich mal wieder alleine. Und ich dachte mir, hey, Ralf, mach doch mal was Weihnachtliches. Jetzt, wo es schon jetzt weiter hat, wenn du vor der Tür steht. Ich hoffe, ihr hattet ein cooles Wochenende. Ich hoffe, euch geht es gut da draußen, ihr seid alle gesund. Und in dieser Folge werden wir mit diesem Coca-Cola-Truck fahren und diesem Anhänger. Ich glaube, einen habe ich hier schon versenkt, der andere liegt hier auf dem Dach. Ich werde mal versuchen, die Karre da runterzuholen. Und ich bin mal sehr gespannt. Wir werden natürlich auch Schnee fahren, wie ihr sehen könnt. Es schneit ein bisschen. Und ihr seht ja auch, wie dieser Coca-Cola-Truck leuchtet, voll geil. Ich hoffe, ich kriege den hier irgendwie vom Dach runter. Und was mir schon aufgefallen ist, dieser Truck hat echt üble Physik. Also mich als Freund... Ich hoffe, ich mache nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kriege diesen Scheiß-Trailer nicht da dran. Ich kriege diesen Scheiß-Trailer nicht da dran. Warum nicht? Ich will doch nur den Trailer haben. Gib ihn mir. Es ist doch nicht zum Aushalten. Mit Vollgas. Komm und runter. Ey. Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich den Trailer hier dran packen soll. Spawn jetzt mal nochmal einen. Ich kenne den Wagen schon da am Schnauze nicht. Trailers. Nein, nicht so. Trailers 2. So, jetzt haben wir noch einen gespawnt. Ah, natürlich genau, neben dem Baum. Ich meine, wir haben so viele fucking Trailers jetzt hier stehen, aber keinen einzigen kann ich irgendwie an den Sattelzug her dann dran hängen. Bitte lasst es jetzt funktionieren. Ah. Warum? Wie soll ich das denn, wie soll das denn funktionieren? Wie soll ich denn den da dran kriegen, wenn es sowieso hier alles nicht funktioniert? Ah, shit, 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 stopp, stopp, nein. Oh, damn it, nein. Ah. Das war ja noch den Hang darunter. Ich glaube, ich spinne. Mit Gewalt. Wo ist heute in der Ort aufliegen? Ja, Merry Christmas sag ich dann nur, ne? Warum ist denn der auch so hoch? Wie soll... Wir fahren jetzt erstmal mit dem Truck so ein bisschen durch die Gegend. Aber ohne Anhänger schockt das irgendwie auch nicht. Aufzug, nur keiner. Kann ich auch. So, ich glaube, wir müssen mal wieder aus Rache in der Ladung C4 irgendwo hinschmeißen. Aber das mit dem Cola ist schon ganz geil, so wie das leuchtet. Das gefällt mir gut. Alter, gerade ein paar nette Leute überfahren. Netter Sprung auf jeden Fall von dem Auto gerade. Ich kann auf jeden Fall schön Radale machen mit dem Auto hier. Oh, mit dem LKW. Oh, wow, was du wusstest? Das Bild. Oh, shit. Das war ja fast ein Sprungstand. Komm, 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 dreh dich um. Oh, schöner Baum hier. Ja, bis auf, dass man LKW auf der Seite liegt, ist eigentlich alles ganz cool gerade. Komm schon, komm schon, drehen, 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 drehen. Ah, sehr gut. Ich frage mich, warum ich immer in den Autos drin hänge manchmal. Oh. Das ist auf jeden Fall C4 gewesen, aber ich werde mich jetzt hier mal ein bisschen verpissen. Wir machen die originale Verfassung. Vor Weihnachten, Leute. No way, oder? Warum? Warum? Was habe ich getan? Was ist da los? Hä? Was ist da los, ey? Leute, es geht. Es geht. Ich habe es geschafft, aber am Flughafen. Das heißt, wir stehen so ein bisschen am Arsch der Welt jetzt mit unserem Trailer hier und mit dem Coca-Cola-Truck. Aber ansonsten haben wir das Ding endlich hinten dran. Ich habe mit C4 auch noch keinen Flugzeug gesprengt. Das sollten wir mal ändern. Oh, bitte in dem geworden. Ist der gerade ausgestiegen, der Typ. Ist der gerade aus dem Flugzeug ausgestiegen. So, wir fahren mal ein Stückchen. Das hat es gut gemacht. Wow. Okay. Oh, Alter. Wow, what the fuck? Was wird beim Auto los? What the fuck? What? Oh, no. Halt. Stop. Oh, damn it. Oh, nein. Nicht schon wieder. Gerade, wo ich den Anhänger dran hatte. Ah, RIP, Mann. Damn it. Damn it. Wir sind wieder in the game, Leute. Wieder im Flughafen. Hier scheint es ganz gut zu funktionieren mit dem Trailer. Und ich versuche jetzt mal ohne eine Explosion. Ah, wobei. So ein bisschen Terror können wir schon machen. Ich weiß, zum Beispiel eine Granate dahinter oder so. Gucken wir mal, was wir davon halten hier im Flughafen. Süß, ne? Ich gehe eigentlich in die Luft nach vorne, die sie... Na, so ich sollte vielleicht mal... Zumindest da hinwerfen, wo sie sind. Vorsicht, bitte. Explosion in 3, 2, 1. Schön. So, ich würde sagen, wir fahren gleich mal mit den Jungs hier raus. Was soll er macht, die Idioten? Oh, nein, 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 mein Hänger. Nein, 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 nein. So schnell würde ich den nicht verlieren. Komm schon. Ja, sehr gut. So, jetzt müssen wir hier nur das brennen. Oh, no, oh, no, oh, no. Backup, 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 backup. Nein, ah! Ich werde ihn nicht so schnell verlieren, ey. Was macht denn der Helikopter da? Ich komme mal schnell rein in die gute Stube. Willi, der kommt hier rein. Guten Flug, du Motherfucker. Alter, halt nicht viel aus. Zurück ins Badmobil. Oh, no, Trailer verloren. Das ist echt schwer, mit dem Trailer zu überleben, sage ich euch. Alles klar, wir fahren weiter. Oh, nein, ich muss zurücksetzen. Dann wenn die Kreise einfach zu groß mit der Karre. Nein, ich glaube, wir stehen hier, Benner. Merry Christmas, Motherfuckers! What the fuck? Was denn da schon, wie das passiert? Wow, wow, ich habe ihn erwischt. Ich glaube, ich habe ihn selbst gerade mit der Granate ein bisschen hinten kaputt gemacht, oder wie es aussieht. Leichte Schieflage hier. Oh, 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 nicht da hin. Nein, nicht umkippen. Fuck. Jetzt komme ich noch weiter. Ich brenne zwar ein bisschen. Ausstellt man immer mein Auto gerade auch wieder raus hier. Alles klar. No, 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 nicht im Auto stehen bleiben. Oh. Er meint sich, ich gehe diesen verschissenen Piloten mal raus. Merry Christmas! Okay, ich habe ein Problem. Ich brauche auf jeden Fall einen neuen Truck, Leute. Wir brauchen Backup jetzt! Oh, fuck. Ah, rip. Aber mal geile Shootout hier im Flughafen. Mal gucken, wo ich jetzt mein Fahrzeug spawnen. Nicht wundern, Leute. Nicht wundern, der Helikopter gehört nicht zu mir. Wieso bin es nicht ich? Ich bin der ganz normaler Trucker mit meinem Coca-Cola-Auto. Äh, Lkw. Gucken, wie wir, glaube ich, ein bisschen verfolgen können hier. Ich glaube, ah ja, hier sind die Cops. Ich habe damit nichts zu tun. Oh, sie haben erschossen. Tut mir leid, ich habe mich nicht gesehen. Sorry, sorry, Cops, sorry. Oh nein, mein Anhänger schon wieder. Ach Gott. Okay, dann fahren wir ein bisschen ohnehin weiter. Bombchen in 3, 2, 1. Gute Nacht. Das Boot. Hat der das Boot gesehen? Nein, nein, nein. Jetzt war's. What the fuck? Ja, oh Gott, ein Flugreif. Oh nein, Alter. Wie schnell ich immer sterbe. Einen, einen tun wir noch, oder? Einen tun wir noch. So, bei Nacht das Ganze mal. Man sieht, der leuchtet wunderbar, dieser Truck hier. Mein Trailer ist hier ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, an dem Gebäude stecken geblieben. Habe ich da hier noch andere Lichter? Ja, Fernlichter, so wie es aussieht. Das Coca-Cola leuchtet auch sehr cool. Ich weiß noch gar nicht, ob ich den da runterkriege. Ah, nice, ich kriege ihn. Und jetzt muss ich hier nur weg von dem Haus. Achtung. Der Mond dahinten leuchtet auch krass über den Berg. Ich glaube, wir sind ein bisschen hängen geblieben. Ah ja, ich glaube, ich mache mal wieder Tag. Ich wollte euch aber nur ganz kurz die Lichter zeigen. Ja, der Anhänger hat sich die ganze Nacht da weiter hingequietscht. Ich liebe manchmal die Physik von GTA. Seht ihr das? Keine Ahnung, was hier los ist, was hier passiert. Auf jeden Fall ist das echt super buggy. Ich gebe nochmal hier ein bisschen Gas und schaue, dass hier rauskommen. Ich glaube, ich habe einfach Pech. Da haben wir uns noch kurz einen Cheat machen. What the fuck? Okay. Alles klar. Wir haben es aber geschafft. Vorsicht. Ja gut. Unser Truck sieht jetzt mal nicht mehr so frisch aus und die Ladung Coca-Cola, die wir hatten, ist leider auch verschwunden. Motorradfahrer, können wir nochmal hier platt machen, oder? Oh shit. Jetzt habe ich sogar beide gesagt. Hard dog, Zug. Jesus Christ, nein. Alter. Wie beim Bowling. Hat aber gut hinbekommen, der Zug. Muss man ihn lassen. Kann ich gleich den Zug hier stoppen mit dem Truck? Ich glaube, der Zug ist stärker. Ich glaube, irgendwie hänge ich fest, sag mal. Ich glaube, ich hänge hier auch fest. Oh, oh, oh. Oh, what the fuck? Nein, Leute. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, diese Advents-Folge, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Weiter eine gute Zeit auf meinem Kanal und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018